Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu einer neuen Serie von Cops'n'Robbers. Wie ihr hier seht, hat das Spiel Cops'n'Robbers, das heißt aber Cops'n'Robbers. Ja, und ich habe also schon, könnt ihr mal mein Profil angucken. Ich habe einen Cop, ich heiße Stefan und das ist meine Kip, eine AK-47, eine M4, eine AWP, eine Sniper und eine Blink, die habe ich bei diesem Teil gewonnen, bei diesem, wie nennt man diese Sachen da, bei diesem Gift, bei diesem Geschenk habe ich gewonnen. Dann gehen wir multiplayer und worldwide. Gucken wir mal und, also mein Lieblings-Map ist Warehouse, Warehouse halt, sowas in der Richtung. Gucken wir mal weiter. Das hier ist auch ganz okay, aber ich... Mist, der Raum ist auch voll. Ich habe auch wenig Leute. Ja, wenn ich... Geht auch... Geht zu Cops. Das war eine gute Entscheidung. Und ich mache auch wenig... Bist du gesnapfen? Nein, da�� уст! Das sieht ganz gut aus. Wartet... Komm hoch! Ja! Geht doch! So hab ich dich weggesnab'n kleiner Sack. Wer ist da unten? Da stehst du klein. Ah Mist. Jetzt warte ich mal. Bundeswehr, wo bin ich denn du? Wo stehst du? Wo steht mein kleiner Brochem? Äh... Bo! Ah, Bundeswehr! Bundeswehr geht zum anderen Team! Äh Juu! Und du? Du bist jetzt bei einem Trenner wieder. Ja man, geht doch! Guter Schuss von mir! Guter Schuss von mir! Guter Schuss von mir! Guter Schuss von mir! Ja! Ah ja, ist klar Digga! Lauf durch, lauf durch, lauf durch! Geht doch, jo! So, jetzt sieht man hier, welche gerade besser ist, Digga. Oh, hallo. Was hat der für eine Waffe? Nein, nicht so ein Typ wie der Bundeswehr. Ich bin tot. Sorry, ich bin am Arsch. Mann, Mist. Ja, Leute, solche Leute müssen Weihnachtszeit. Regen mich einfach nur auf. So, Digga. Verzeih mir, scheiß, Mord, Alter, Reload. Snipe die. Hey, geh, lauf zurück. Lauf zurück, geh. Lauf zurück, Digga. Ach, come on. Die will die doch eins gegen eins. Schieß. Ja, Mann. Headshot. Dominanz. Oh, oh, oh. Scheiße. Ist klar. Der mit seiner scheiß Waffe, Digga. Das regt so auf. Oh, mein Gott, ey. Rein, 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 Klasse. Jetzt nalb ich dich weg, mein kleiner Bundeswehrkind, Alter. Oh, mein, ey. Das macht keinen Spaß. Warte. Schreib mir kurz an. Bist du? Tschüss. Oh, mein Gott. Hallo? Ja, geht doch. Ich bin wie ein Blitz, schneller wieder auf so ein drittiger. Nein. Mann, das ist ein disconnect. Aber in der Zeit kann ich ja ruhig ein bisschen mitbekommen. Oh cool, so ein kleines Kreuzchen, das nehme ich weg. Und ich komme her. Ich bin echt schlecht. Bäm. Ab. Oh yes, bitch. Ihr seht ja die Waffe, die macht ein paar Schüsse. Warte, ich muss den Gegner angucken, wie der aussieht. Wie sieht es aus, mein kleiner Dicker? Ah, come on. Man lebt nur einmal im Leben, Dicker. Geht doch. Bundeswehr ist wieder on, Dicker. Ja, Mann. Wo bist denn du? Hallo? Bäm. 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 Ab. Und nur in eine andere Lóbyreihe. Hier macht es auch keinen Spaß mehr mit mit der Bundeswehr. Und allein auch so. Egal. Ja, es scheint mir wahren. das rein an jeweils da wird gerade einfach mal nicht laufen als jahr so zirka meine fleiß gehen könnte ich mir was kaufen zirka meine jetzt vielleicht dauern zirka ja so 15 bis 20 minuten ich würde ja ich gucke auf zeitgrad und ja er passt eigentlich bis jetzt die zeit 1 bis 2 lustig bitte lasst mich auf der einseite respawn ja geht doch ich habe gespielt auch vielleicht erst seit gestern runtergeladen das gefällt mir geht doch jetzt bin ich auf dem dach und jetzt hole ich alle weg digga ey mach mal ein attentat ich bin echt schlecht weiter ich habe gerade der shindy ein richtig geiles lied und deswegen man lebt nur einmal im Leben ich bin so ein kleiner Bastard hä wo ist der Adda sch 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 ich ne ne nein ich ich klar ja ja Ah, Dicker, du willst aufs Dach kommst. Eins, verpisst euch mal auf meinen Kämperplatz hier, Dicker. Okay, passt. So gut, hier, mach mal. Eins, Alter, ich muss hier gerade alle wegcampen. Ich glaube, ich gehe aufs Dach, kämpfe mich dort hinten in der Ecke ab und dann chill ich, bis die kommen. Deswegen ist es jetzt ein bisschen kack, ich bin allein. Von denen hat keiner Lust zu mir rüberwechseln, deswegen kann ich nichts machen. Juhu, mein Brauhilm ist da. Oh, ich war's tot. Gucken wir mal, Dicker. Er hat meinen Brauhilm getötet. Hat er mich gerade im Allerunsten getötet? Ich will nur mal so erfahren. Warte, da ist noch einer. Ja, klasse, Dicker. Okay, wir müssen jetzt hier, komm mal hoch. Komm, geh du mal hoch. Ich warte jetzt nur mal kurz. Okay, geh hoch, ich komm jetzt auch. Oh, Mist, das packt. Ich habe gerade ein bisschen verschwitzte Hände. Ich werde mir auch in nächster Zeit einen neuen Skin zulegen. Könnt ihr in den Kommentaren schreiben, welchen Skin ich mir zulege. Deswegen, ja. Passt ja. Nein, nicht wieder der. Ich habe dich gesehen. Oder hä, wo ist der? Hä, wo hat er denn eingekehrt? Okay, ich muss kurz in eine sichere Ecke gehen. Hier, zurück da hin. Ich muss dem gleiche Verschreiben sagen. You are sniping the... at the... desk and I. Warte. Hier. Hier. Vielen Dank. Ja man, Alter. So fickt man Leute, Digga. Nein, meiner ist disconnected. Was? Was? Ich gucke ja gerade, wir sind schon bei 19 Minuten. Oh, hallo. Hallo, Bruchim. Ja, dann würde ich schon mal sagen, das war's dann von der Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da und das war's dann. Ciao. Oh, ne, wartet. Ja, ich bin halt erst 10 Jahre deswegen. Okay, das war's, aber ciao.